Gewinn im Lotto ist der Traum vieler Menschen, der oft als Weg zu Reichtum und Glück erscheint. Doch die Geschichte kennt Fälle, in denen Vermögen, die im Handumdrehen gewonnen wurden, schnell verschwanden und das Leben der Gewinner ins Chaos stürzte. Schlechte Entscheidungen, unkluge Investitionen und Mangel an Maß führten dazu, dass einige von ihnen sich in der Geschichte als einige der dümmsten Lottogewinner aller Zeiten eintrugen. Michael Carroll Er ist ein britischer Lottogewinner, der schnell berühmt wurde als Beispiel dafür, wie ein großer Gewinn das Leben zerstören kann. Im Jahr 2002, im Alter von nur 19 Jahren, gewann Carroll 9 Millionen und 700 Tausend Pfund in der National Lottery. Zu dieser Zeit arbeitete er als Müllmann und trug aufgrund eines Urteils wegen Trunkenheit und kleinerer Verbrechen eine elektronische Fußfessel. Nach dem Gewinn gab er sofort seine Arbeit auf und begann ein Leben voller unverantwortlicher Ausgaben und Exzesse. Die Medien gaben ihm schnell den Spitznamen Lotto-Loud, Lotto-Bandit, und sein Verhalten wurde zum Symbol für Verschwendung und Verantwortungslosigkeit. Carroll kaufte für 340.000 Pfund eine Immobilie in Norfolk, die er in einen Ort für wilde Partys und Autorennen verwandelte. Auf seinem 5 Hektar großen Gelände organisierte er illegale Wrackrennen, bei denen er Luxusfahrzeuge wie Mercedes und BMW zerstörte. Seine Nachbarn beschwerten sich mehrfach über Lärm, Vandalismus und Müll, was sein Leben immer chaotischer machte. Er gab enorme Summen für Kokain aus und gab später zu, täglich bis zu 2000 Pfund für Drogen auszugeben. Er war auch bekannt für seine Spielsucht, Prostituierten und das Verwöhnen von Freunden mit teuren Geschenken. In der Hochphase seines hedonistischen Lebensstils konnte er sogar 2 Millionen Pfund in einem Monat ausgeben. Doch dieses Leben hatte seinen Preis. Carroll wurde über 30 Mal wegen verschiedener Verbrechen, darunter Angriffe, Sachbeschädigung und Drogenbesitz, verhaftet. Sein Name erschien regelmäßig in britischen Kriminalzeitungen. Bis zum Jahr 2010. verlor er sein gesamtes Vermögen und musste Insolvenz anmelden. Seine einst luxuriöse Immobilie verfiel und wurde mit erheblichem Verlust verkauft. Carroll kehrte zur körperlichen Arbeit zurück und fand eine Anstellung in einer Keksfabrik für einen Mindestlohn von 200 Pfund pro Woche. Seine Frau Sandra verließ ihn und nahm ihre Tochter mit, was seinen Lebensabsturz nur vertiefte. Trotz allem behauptete Carroll mehrfach, dass er seinen Lebensstil nicht bereue und sagte, dass Geld ihn nicht verändert habe, sondern ihm nur erlaubt habe, sich im größeren Maßstab zu zeigen. Im Jahr 2013 versuchte er, sein Leben wieder aufzubauen, indem er als Holzfäller in Schottland für 10 Pfund pro Stunde arbeitete. Interessanterweise trat er oft in den Medien auf, um andere Lottogewinner davor zu warnen, ähnliche Fehler zu machen, obwohl er gleichzeitig betonte, dass er sein verschwenderisches Leben nicht bereue. Sie ist ein außergewöhnlicher Fall in der Lotto-Geschichte, da sie als einzige Person im Staat New Jersey zweimal den Hauptpreis gewann. Ihre Geschichte begann im Jahr 1985, als sie zum ersten Mal von ihrem Gewinn in Höhe von dreieinhalb Millionen und 900.000 Dollar erfuhr. Das Glück schien ihr hold, denn bereits ein Jahr später, im Jahr 1986, gewann sie erneut 1.400.000 Dollar. Die Gesamtsumme von 530.000 Dollar hätte bei vernünftiger Verwaltung ihr und ihrer Familie ein komfortables Leben über viele Generationen hinweg sichern können. Adams stammte aus einer bescheidenen Familie und arbeitete vor dem Gewinn in einem lokalen Geschäft, wo sie unter anderem Lotterietickets verkaufte. Leider führten mangelnde Erfahrung im Umgang mit großen Geldsummen und Spielsucht zu einem tragischen Ende dieser außergewöhnlichen Geschichte. Adams erster schwerwiegender Fehler war, den Ratschlägen zur Einstellung eines professionellen Finanzberaters nicht zu folgen. Stattdessen begann sie, selbst riskante finanzielle Entscheidungen zu treffen. Einen erheblichen Teil des Gewinns investierte sie in unüberlegte Geschäftsvorhaben, die schnell scheiterten. Ein weiteres Problem war ihre übermäßige Großzügigkeit. Sie verteilte Geld an Familie und Freunde in Form von Darlehen, die nie zurückgezahlt wurden. Einige ihrer Nahestehenden nutzten ihre gutmütige Natur aus, indem sie immer neue Gründe erfanden, warum sie finanzielle Unterstützung benötigten. Doch das größte Problem Adams war ihre Spielsucht. Sie besuchte regelmäßig Casinos in Atlantic City, wo sie astronomische Geldsummen verlor. Zeugen berichten, dass sie mehrere Ressigstunden ununterbrochen im Casino verbringen konnte und 100.000 Dollar verlor. In der Hochphase ihrer Sucht verlor sie 500.000 Dollar während eines einzigen Casino-Besuchs. Das Glücksspiel verschlang den größten Teil ihres Vermögens. Adams konnte ihre Sucht trotz der Bitten der Familie und der Warnungen der Freunde nicht kontrollieren. Bis zum Jahr 2012. verlor sie ihr gesamtes Gewinngeld und musste drastisch ihren Lebensstil ändern. Sie zog in einen Wohnwagen und lebte hauptsächlich von Sozialleistungen. In späteren Interviews sprach sie offen über ihre Fehler und bedauerte insbesondere ihre Spielsucht und das Fehlen einer angemessenen Finanzplanung. Ihre Geschichte wurde zu einer Warnung für andere Lottogewinner und wird oft von Finanzberatern als Beispiel dafür genutzt, wie wichtig verantwortungsbewusstes Management unerwarteten Reichtums ist. Mathematiker berechneten, dass die Wahrscheinlichkeit, den Hauptpreis zweimal zu gewinnen, 1 zu 17 Trillionen betrug, was Adams Fall noch außergewöhnlicher und zugleich tragischer machte. Heute lebt Adams sehr bescheiden und ihre Geschichte wird häufig im Kontext von Diskussionen über finanzielle Bildung und das Problem der Spielsucht erwähnt. In Interviews betont sie, dass sie ihr Leben anders gestalten würde. Sie würde einen Finanzberater einstellen, Casinos meiden und sich auf kluge Investitionen konzentrieren. Ihr Fall zeigt auch, wie wichtig es ist, nach einem Lottogewinn Anonymität zu bewahren. Die mediale Aufmerksamkeit aufgrund ihres doppelten Glücks zog viele unehrliche Menschen an, die ihre Naivität und mangelnde Erfahrung im Umgang mit Geld ausnutzen wollten. Janet Lee. Sie ist eine Immigrantin aus Südkorea, die im Jahr 1993 in Illinois 18 Millionen Dollar im Lotto gewann. Das Glück schenkte ihr, als sie einen bescheidenen Perückengeschäft in St. Louis führte und ein typisches Leben einer hart arbeitenden Immigrantin führte. Nach dem Gewinn entschied sie sich für eine Auszahlung in 20 jährlichen Raten zu 620.000 Dollar, was zunächst eine vernünftige Entscheidung zu sein schien. Die ersten Jahre nach dem Gewinn versprachen viel. Lee zog in das exklusive Viertel Clayton im Bundesstaat Missouri, wo sie eine luxuriöse Immobilie kaufte. Sie sorgte auch für die Ausbildung ihrer Kinder, indem sie sie auf renommierte Privatschulen schickte. Was Lee jedoch von anderen Lottogewinnern unterschied, war ihre außergewöhnliche Großzügigkeit und ihr Engagement für soziale Belange. Statt das Geld für eigene Vergnügungen auszugeben, beschloss sie, ihr Vermögen zu nutzen, um anderen zu helfen. Sie spendete erhebliche Summen an Wohltätigkeitsorganisationen, insbesondere zur Unterstützung von Initiativen im Bereich Bildung und der koreanisch-amerikanischen Gemeinschaft. Die Washington University würdigte ihren finanziellen Beitrag, indem sie einen Lesesaal in der juristischen Bibliothek nach ihr benannte. Lee wurde auch eine bedeutende Persönlichkeit in politischen Kreisen, indem sie regelmäßig exklusive Abendessen für einflussreiche Politiker der Demokratischen Partei in ihrem Haus organisierte. Ihr Name erschien oft unter den größten Spendern der Partei und ihr Haus wurde zum Treffpunkt der lokalen politischen Elite. Doch diese Großzügigkeit, obwohl edel in den Absichten, begann schnell ihre finanziellen Möglichkeiten zu übersteigen. Lee führte kein detailliertes Budget und konsultierte ihre finanziellen Entscheidungen nicht mit professionellen Beratern. Zusätzlich entwickelte sie, wie viele andere Lottogewinner, ein ernsthaftes Problem mit dem Glücksspiel. Sie besuchte regelmäßig Casinos, wo sie erhebliche Geldsummen verlor. Die Kombination aus unbegrenzter Großzügigkeit und Spielsucht erwies sich als tödlich für ihre Finanzen. Im Jahr 2001, nur acht Jahre nach dem Gewinn, stand Lee vor einer finanziellen Katastrophe und musste Insolvenz anmelden. Gerichtsunterlagen enthüllten eine erschütternde Realität. Ihre Schulden beliefen sich auf zweieinhalb Millionen Dollar, während ihr Vermögen auf nur 700 Dollar schrumpfte. Sie musste ihre luxuriöse Immobilie verkaufen und zu einem bescheidenen Leben zurückkehren. Besonders schmerzhaft war die Tatsache, dass ihr Name aus der Liste der Spender verschwand und die Organisationen, denen sie zuvor so großzügig geholfen hatte, woanders Unterstützung suchen mussten. Lees Schicksal wird oft von Finanzberatern als Warnung vor übermäßiger Großzügigkeit ohne angemessene Finanzplanung angeführt. Ihr Fall zeigt, dass selbst die edelsten Absichten zu persönlicher Tragödie führen können, wenn verantwortungsbewusstes Geldmanagement fehlt. Lee, obwohl sie von guten Motiven geleitet wurde, konnte kein Gleichgewicht zwischen der Hilfe für andere und der Sorge um ihre eigene finanzielle Sicherheit halten. Ihr finanzieller Absturz war umso gravierender, da er eine Person betraf, die ihr Vermögen hauptsächlich für das Gute einsetzte und nicht für ein extravaganteres Lebensstil. Heute lebt Lee deutlich bescheidener und ihr Name erscheint hauptsächlich im Kontext von Warnungen für zukünftige Lottogewinner. Jeffrey Dampierre. Er ist ein Lottogewinner aus Illinois, dessen tragisches Schicksal zeigt, wie ein Gewinn nicht nur Reichtum, sondern auch Tod bringen kann. Im Jahr 1996 lächelte das Glück ihm zu, als er 20 Millionen Dollar in der Illinois Lottery gewann. Vor diesem bahnbrechenden Moment führte Dampierre ein gewöhnliches Leben, arbeitete als Sicherheitskontrolleur und wohnte mit seiner ersten Frau unter bescheidenen Bedingungen. Nach dem Erhalt seines Vermögens zeigte Dampierre im Gegensatz zu vielen anderen Gewinnern Vernunft im Umgang mit dem Geld. Er entschied sich, nach Florida umzuziehen, wo er einen erheblichen Teil seines Gewinns in ein Geschäft, den Popcornladen Cassies Gourmet Popcorn in Tampa Bay, investierte. Das Unternehmen erwies sich als Erfolg, brachte ein stabiles Einkommen und wurde in der Umgebung beliebt. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau heiratete Dampier erneut Crystal Jackson, mit der er ein glückliches Leben führte. Er war bekannt für seine außergewöhnliche Großzügigkeit gegenüber der Familie. Er kaufte seinen Angehörigen Häuser, Autos und finanzierte ihre täglichen Ausgaben. Besonders sorgte er sich um die Familie seiner zweiten Frau, einschließlich ihrer jüngeren Schwester Victoria Jackson. Victoria und ihr Freund Nathaniel Jackson, nicht verwandt mit der Familie, wurden zu häufigen Empfängern seiner Großzügigkeit. Dampier unterstützte sie regelmäßig finanziell, bezahlte ihre Rechnungen und half in schwierigen Situationen. Doch diese Großzügigkeit und das Vertrauen in die Familie führten letztlich zu seinem Tod. Am Abend des 26. Juli 2005 rief Victoria Dampier an und bat um Hilfe, da ihr Auto in einer einsamen Gegend kaputt gegangen war. Dampier, immer bereit zu helfen, machte sich ohne zu zögern auf den Weg, um ihr zu helfen. Er wusste nicht, dass Victoria und Nathaniel seine Entführung geplant hatten. Nach seiner Ankunft wurde er von ihnen entführt und gezwungen, mit ihrem Auto in eine abgelegene Gegend zu fahren. Dort, nach einem fehlgeschlagenen Versuch, Informationen über sein Vermögen zu erpressen, wurde er mit einem Schuss in den Hinterkopf ermordet. Die Ermittlungen zeigten, dass das Verbrechen genau geplant war. Victoria und Nathaniel Jackson hofften, einen erheblichen Teil seines Vermögens zu erlangen, doch ihr Plan erwies sich als ebenso tragisch wie unüberlegt. Beide wurden schnell verhaftet und zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung verurteilt. Während des Prozesses kamen Details ihrer Gier ans Licht. Trotz der regelmäßigen finanziellen Unterstützung durch Dampier wollten sie mehr. Besonders schockierend war die Tatsache, dass Victoria, die Schwägerin des Opfers war und jahrelang von seiner Unterstützung profitierte, aktiv an der Planung seines Todes beteiligt war. Das Schicksal von Dampier ist besonders bewegend im Vergleich zu anderen tragischen Fällen von Lottogewinnern. Im Gegensatz zu Personen, die ihr Vermögen durch Glücksspiel, Drogen oder unüberlegte Ausgaben verloren, zeigte Dampier Vernunft im Umgang mit seinem Vermögen. Er führte ein profitables Geschäft, investierte klug und versuchte, seinen Angehörigen zu helfen. Sein einziges Vergehen war das übermäßige Vertrauen in die Familie und der Wunsch, seinen Reichtum zu teilen. Kelly Rogers. Sie ist die jüngste Lottogewinnerin in der Geschichte Großbritanniens, die im Jahr 2003, im Alter von nur 16 Jahren, 1.070.000 Pfund gewann. Die aus Cumbria stammende Rogers hatte eine außergewöhnlich schwierige Kindheit. Sie wurde im Alter von zwei Jahren von ihrer Mutter verlassen und wuchs in einer Pflegefamilie auf. Zum Zeitpunkt des Gewinns arbeitete sie als Kassiererin in einem Supermarkt für 3 Pfund 60 Pens pro Stunde und kam kaum über die Runden. Die Nachricht von ihrem großen Gewinn veränderte ihr Leben völlig, jedoch nicht so, wie man es erwarten könnte. Mangelnde Reife, Lebenserfahrung und angemessene Beratung führten schnell zu einer Reihe katastrophaler finanzieller Entscheidungen. Unmittelbar nach Erhalt des Geldes gab Rogers ihre Arbeit auf und begann ein Leben voller Extravaganz. Die ersten größeren Ausgaben investierte sie in die Veränderung ihres Aussehens. Sie unterzog sich einer Reihe von Schönheitsoperationen, einschließlich einer Brustvergrößerung für 18.000 Pfund. Sie kaufte sich auch eine Garderobe voller Designerkleidung und teuren Schmuck. Einen erheblichen Teil ihres Vermögens, etwa 250.000 Pfund, gab sie für Kokain aus, was schnell zu einer schweren Sucht führte. Rogers wurde zu einer festen Stammgastin in Nachtclubs, gab Tausende von Pfund für Alkohol und Partys aus. Ihr Haus verwandelte sich in einen Ort unaufhörlicher Feiern, an dem vermeintliche Freunde und soziale Parasiten sich versammelten. Etwa 500.000 Pfund verteilte sie an Familie und Freunde in Form von Darlehen und Geschenken. Sie kaufte sich auch mehrere Immobilien für sich und ihre Angehörigen, doch die meisten davon wurden später mit erheblichem Verlust verkauft. Besonders kostspielig erwies sich ihre Beziehung zu dem Vater ihrer Kinder, dem sie einen erheblichen Teil des Geldes schenkte, obwohl die Beziehung später zerbrach. Im Jahr 2013 gab Rogers öffentlich zu, dass von ihrem fast 2 Millionen Pfund Gewinn nur noch 2.000 Pfund übrig waren. Ihre Lebenssituation verschlechterte sich so sehr, dass sie im Jahr 2018 einen Selbstmordversuch unternahm. Dieses dramatische Ereignis wurde zum Wendepunkt in ihrem Leben. Rogers begann eine Therapie und schaffte es, ihr Leben zu ordnen. Heute arbeitet sie als Betreuerin, lebt in einem gemieteten Haus und zieht drei Kinder groß. In zahlreichen Interviews betont sie, dass sie viel glücklicher ist als damals, als sie Millionärin war. Ihr Fall löste eine ernsthafte Debatte im britischen Parlament über das Mindestalter für Lottospieler aus. Rogers unterstützt aktiv die Initiative, diese Grenze auf 18 Jahre anzuheben, und argumentiert, dass 16-jährige Jugendliche nicht über die notwendige emotionale Reife und Lebenserfahrung verfügen, um mit solch einer großen Geldsumme umzugehen. Sie hat wiederholt ihr Bedauern darüber geäußert, dass ihr Gewinn öffentlich bekannt wurde, was viele unangemessene Personen in ihr Leben zog. In Interviews gibt sie offen zu, dass sie Lotto hasst und glaubt, dass der Gewinn ihre Jugend zerstört hat. Im Jahr 2021 fand sie sich erneut in den Schlagzeilen wieder, nach einem Autounfall, bei dem sie unter dem Einfluss von Kokain fuhr, was zeigt, dass sie trotz der verstrichenen Jahre immer noch mit den Dämonen der Vergangenheit kämpft. Amanda Clayton. Sie ist eine Einwohnerin des Bundesstaates Michigan, die im September 2011. Jahr eine Million Dollar in der staatlichen Lotterie gewann. Aus Lincoln Park, einem Vorort von Detroit stammend, lebte Clayton vor dem Gewinn ausschließlich von Sozialleistungen und hatte keine feste Anstellung. Nach Abzug der Steuern erhielt sie eine einmalige Auszahlung von 735.000 Dollar, was ihr Leben verändern sollte. Statt diese Chance für einen Neuanfang zu nutzen, traf Clayton jedoch eine Reihe von Entscheidungen, die letztlich zu ihrem Untergang und ihrem vorzeitigen Tod führten. Der erste Skandal war die Enthüllung, dass sie trotz ihres erheblichen Gewinns weiterhin Sozialleistungen bezog, 200 Dollar monatlich für Lebensmittel und nutzte die öffentliche Gesundheitsversorgung. Der Fall kam dank Journalisten des lokalen Fernsehsenders WDI-VTV ans Licht, die nach einem anonymen Hinweis eine Untersuchung einleiteten. In einem Interview, das später im Internet viral ging, verteidigte Clayton ihr Verhalten ohne Reue und sagte, Ja, ich habe Geld gewonnen, aber ich brauche immer noch Hilfe. Ich habe Rechnungen zu bezahlen. Ich muss mein Haus unterhalten. Diese Haltung löste eine Welle der Empörung im ganzen Land aus und ihre Aussage wurde zum Symbol für den Missbrauch des Sozialsystems. Unter Druck der öffentlichen Meinung leiteten die Behörden des Bundesstaates Michigan eine offizielle Untersuchung ein. Clayton wurde wegen Betrugs angeklagt und letztlich zu neun Monaten elektronischer Überwachung verurteilt. Sie wurde auch verpflichtet, die unrechtmäßig bezogenen Sozialleistungen zurückzuzahlen. Aus dem Gewinn kaufte Clayton ein Haus für 200.000 Dollar in Lincoln Park sowie ein neues Auto. Einen erheblichen Teil ihres Vermögens gab sie für Geschenke an Familie und Freunde, Designerkleidung und Unterhaltung aus. Sie stellte keinen Finanzberater ein und investierte das Geld nicht so, dass es ihr langfristige finanzielle Sicherheit bieten konnte. Stattdessen führte sie einen verschwenderischen Lebensstil, wodurch ihr Vermögen schnell schrumpfte. Ihre rechtlichen Probleme und die mediale Hetze trugen zur Verschärfung ihrer psychischen Probleme und ihrer Abhängigkeit von Drogen bei. Das tragische Ende kam am 25. September 2012, nur ein Jahr nach dem Gewinn, als sie tot in ihrem neu gekauften Haus aufgefunden wurde. Die Autopsie ergab, dass die Todesursache eine Überdosis verschreibungspflichtiger Medikamente in Kombination mit Drogen war. Zum Zeitpunkt ihres Todes war Clayton erst 25 Jahre alt und hinterließ zwei kleine Kinder, einen achtjährigen Sohn und eine eineinhalbjährige Tochter. Ihr Fall führte zu bedeutenden Änderungen im Gesetz des Bundesstaates Michigan. Es wurde eine verpflichtende Überprüfung von Lottogewinnern hinsichtlich des Bezugs von Sozialleistungen eingeführt, sowie eine automatische Benachrichtigung der zuständigen Behörden über Gewinne, die eine bestimmte Summe überschreiten. Das Schicksal von Clayton wird oft von Finanzexperten und Sozialarbeitern als Beispiel dafür angeführt, wie fehlende Vorbereitung und Unterstützung eine potenziell lebensverändernde Chance in eine persönliche Tragödie verwandeln können. William Butt Post Er ist einer der unglücklichsten Lottogewinner in der Geschichte, dessen Gewinn von 16 Millionen und 200.000 Dollar in der Pennsylvania Lottery im Jahr 1988 der Beginn einer Reihe tragischer Ereignisse wurde. Vor dem Gewinn führte Post ein Leben am Rande der Armut. Über Jahre arbeitete er Gelegenheitsjobs in verschiedenen Berufen und verkaufte sogar sein eigenes Blut für 40 Dollar. Zum Zeitpunkt des Kaufs des glücklichen Loses hatte er nur 2 Dollar und 46 Cent auf dem Konto und war mehrere tausend Dollar verschuldet. Das erste Los kaufte er mit geliehenem Geld, was von Anfang an ein schlechtes Omen war. Nach der Bekanntgabe des Gewinns verwandelte sich sein Leben in einen Albtraum. Sein Bruder mietete einen Auftragskiller, der Post und seine Frau ermorden sollte, in der Hoffnung, das Vermögen zu übernehmen. Glücklicherweise wurde der Plan vereitelt und die Täter landeten im Gefängnis. Anstatt ihn in seiner neuen Situation zu unterstützen, begann seine Familie aggressiv, Geld von ihm zu fordern. Seine sechste Ehefrau zwang ihn, verschiedene Firmen und Immobilien zu kaufen, die sich schnell als finanzielle Katastrophe entpuppten. Innerhalb von drei Monaten verschuldete sich Post um über eine Million Dollar. Die Situation verschärfte sich dadurch, dass er zustimmte, den Gewinn in jährlichen Raten von fast einer halben Million Dollar statt in einer Einmalzahlung zu erhalten. Die Unfähigkeit, mit Geld umzugehen, führte bereits im Jahr 1989, nur ein Jahr nach dem Gewinn, zur Insolvenz. Post investierte in eine Reihe unüberlegter Unternehmungen, darunter ein Familienrestaurant, ein gebrauchtes Flugzeug, obwohl er keine Pilotenlizenz hatte und verschiedene Geschäfte, die schnell scheiterten. In der Hochphase besaß er 14 gebrauchte Autos und ein Boot. Seine Exzesse zogen die Aufmerksamkeit der Medien auf sich, die jeden seiner Abstürze berichteten. Im Jahr 1996, nach weiteren rechtlichen Problemen, ordnete das Gericht an, dass er sein eigenes Haus verlassen musste, das verfallen war. Post verlor das Recht auf weitere Lottogewinnauszahlungen, als Gläubiger seine jährlichen Raten übernahmen. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er mit einem bescheidenen Behindertenhilfegeld von 450 Dollar pro Monat. Er starb im Jahr 2006. im Alter von 66 Jahren in einem Sozialheim, praktisch in Armut. Vor seinem Tod wiederholte er mehrfach, dass der Gewinn das Schlimmste war, was ihm je passiert war, und dass er glücklicher war, bevor er kein Geld hatte. Besonders schmerzhaft war für ihn die Tatsache, dass seine eigene Familie versucht hatte, ihn wegen des Geldes zu töten. Post wurde zu einem Beispiel dafür, wie schnell man ein Vermögen ohne angemessene Vorbereitung und Unterstützung verlieren kann. Sein Fall wird oft von Finanzberatern als Warnung vor unüberlegten finanziellen Entscheidungen und der Notwendigkeit der Vorsicht gegenüber Familie und Freunden nach einem großen Gewinn zitiert. In Interviews wiederholte er oft, dass Lottogeld teuflisches Geld sei und riet anderen, niemals Lose zu kaufen. Lottogeld vor woanders Lottogeld